Lidlfurt, alles in Ordnung mit dir? Geh mit deinen Freunden zum Gipfel. Es ist Zeit. Halt durch, Papa! Sie kommen, um uns zu helfen! Das glaub ich aber nicht. Was los sein? Wo sie alle hingehen? Das sieht nicht gut aus. Was ist denn los? Was sehen Sie? Wenn ich das wüsste! Beeil dich, Lidlfurt. Es geht los. Na los, Jungs, rauf mit euch! Aber nicht in die große helle Scheibe sehen. Das ist nicht gut für die Augen. Wow! Das ist genau wie in meiner Schlafgeschichte. Erst wird die große helle Scheibe dunkel und dann fällt sie runter. Wir müssen sie auffangen! Das ist aber auch ein. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Papa, wir haben's geschafft, wir haben's geschafft! Mhm. Ja, wir alle zusammen. Ich glaub's einfach nicht. Die Langhälse haben unsere Welt gerettet. Das wird mein Vater umhauen.